Ohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohoho Empfänger schnipsen, schon empfiehlen alle Mann, dann werde ich meine Gegner töten Niemand würde ansatzweise etwas dagegen setzen, dann komm ich in seine Eier Müsst ihr um eurem Leben kämpfen, was für Favoriten? Meine Juice kann meinen Schwanz lutschen, höchstens bei den Zweifeln ziehen Was wärst du, keine Randgruppe? Wenn ich ans Mic-Step beficke, ich jeden, ich schwinge jeden dazu Sich sofort das Leben zu nehmen, er kann vergeben Ich hebe mich von der Masse ab, ja ihr könnt mich bähnen Doch ich hinterlasse nur ein Massengrab Jeder Teilnehmer will sich beweisen, doch geht es wirklich um Punches Kommt nur noch billige Scheiße, Euramen und nur Fotze Das Geld kannst du gleich deiner Mama geben, denn wenn ich gewinne, werd ich die sofort zur Hand rannehmen Yeah, das ist misgeiler Sound, eure Runden finde ich schon süß Aber auch Dose-Wig ist so wow, Dose-Wig ist so wow Yeah, das ist misgeiler Sound, eure Runden finde ich schon süß Aber auch Dose-Wig ist so wow, Dose-Wig ist so wow